Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen League of Legends Game wie auf meinem Kanal. Heute könnt ihr mich in einem Community Game als Jaso auf der Top-Lane-Aktion sehen. Zuvor war eigentlich geplant, dass ich Jaso in der Midlane spiele, dann habe ich mich aber wiederum entschieden, eher auf die Top-Lane zu gehen, weil ich das Match-Up gegen Sion bevorzugt habe. Nur leider war es sei nicht mal Level 30 und daimensprechend ist das mehr oder weniger eskaliert und ich habe ganz schön gereckt. Das tut mir immer noch sehr, sehr leid für einen Sion, nämlich das soll nicht Ziel der Sache sein, dass ich die Leute dermaßen auseinandernehme. Ich bin ja immer der Meinung, dass man eher faire Teams machen sollte und dementsprechend entschuldige ich mich an dieser Stelle bei dir, Sion. Ich hoffe dennoch, dass es dir halbwegs Spaß gemacht hat und um nicht noch weitere Worte zu verlieren, wünsche ich euch an dieser Stelle viel Spaß mit dem nachfolgenden Gameplay. Bis dahin, see ya guys! Oh, ich habe gar keinen Ton. Weiter Shakir. Was, ich habe übelst die Bombo-Kombi-Idee. Okay, guys. Geh, warte. Okay, ich kann mich nicht bewegen. Dieser Windy-Side hat mir gerade auf den Schwenk geschrieben. Ist das dein Ernst? Was? Du gibst mir deine Kalista-Passive? Da kann ich dich ulten, dann kannst du ulten. Schwachsinn, ja egal. Ja, ich habe ihm geschrieben, dass du mir gesagt hast, dass er Rang-A-Wand und dann halt gesagt, dass ich von ihm lehren kann. Justice, das ist ein 30-Word. Auf geht's! Auf geht's! Kannst du das auch? Soll ich sagen, nein, ich? Bitte. 30 Sekunden bis ein Minion sparen. Das ist für die Gild-Bless. Obwohl, tausch mit Elaine. Können wir machen. Haben ja eh beide Ignite dabei. Ja, und dann tausch mit Elaine. Oh, schieß. Wieso schreibst du das, bitte? Schreib das doch nicht. Genau, wieso schreibst du das, Alter? Weil der Scheiß... Warte, pass auf! Tryhard. Tryhard, ey. Ich will dich ja hängen, du Tryhard. Lennart, ich bin so mad. Nee, ich hab gerade überlegt, Simon kann aus meinen Counter-Strike-Spielen ne Dings zusammenstellen. Oh, schreibst du mit Dorans Plague auf Akali? Ohne, dass ich sie hochladen muss, weil er kann sie einfach selber downloaden. Er kann alle meine Demos rippen, wenn man so will. Oh, Junge, ist der zu übelst ab auf der Bottele. Jetzt hast du mich gezeigt. Ich wollte ne Queue machen. Oh, erst mal so. So. Oh, Simon, hast aber kassiert, Simon, ne? Noch mal? Willst du noch mal? Ah, schade. Ich werde die ganze Zeit nur in Queue. Ich wünsche mein Team würde nicht dauernd hochgehen. Oh, ich hab so einen Elfling. Ja, merkt man. Hast du das gesehen, Marcel? Oh, ich hab so einen Elfling. Ja, merkt man. Hast du das gesehen, Marcel? Du liegst. Wieso gehst du hier rein, wenn ich aufnehme? Raus mit dir, Marco. Wieso Jogging ist alle rein? Guck mal, Marcel. What the fuck? Kennst du den Trick noch nicht? Kennst du den schon, Z? Den Z-Trick? Oh nein. Okay. Kennst du schon diesen Z-Trick da mit der Queue? Ich weiß auf jeden Fall nur, dass das momentan verbuggt ist Ja, siehst du mich da? Guck mal auf mich Also wenn du da nicht entdeckt wirst Beste Sekunden Kann ich den jetzt sagen Mein Gott, doch tryhard Tryhard I will not forget who I am Ja Jawohl, da ist der Tolles Donald Kennils Ich wusste ja, dass du das machst, deswegen hab ich das gehalten Ich find das so lustig, wie das aussieht einfach Die Tropenlern spielst du defensiv, da komm ich an nichts dran Okay, das ist ja über 22, von daher Ich brauche mich zu beschweren Wachtel 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 Ich kann mich nicht mehr einschätzen, außer von der Ulti, die ist viel zu hoch Wachtel 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 Wie der Powerplayer MitARON Wtech Wachtel Wir Seattle Wuh Wachtel Wair Wachtel Ne? Ich hab mehr Frauen als Simon hoher. Wo ist Simon? Simon ist weg. Er muss die Roller-Player. Dann muss Simon halt wieder... wieder duschen. Wow. Duscht weg. Gleich von ganz alleine, mit der fuck. Oh, wir waren weg. Harzlos. Mit Land-Hait schon wieder. Man kann mit diesem Trick auch einfach eine ganz lange Queue machen. Aber ich glaube, es haben ja auf dem PBE schon gesiegt. Irgendwie schweißen. Es ist wirklich... Ne, Simon hat sich ge-leftet. Okay, ein Glück. Aua, fuck, hat mich aber... Warteln! Warteln! Äh, diese Texte. Warum bist du Top-Man gegangen, selbst? Sollst du auf Level 16 mit den Gangs machen? Ist ja Top-Man. Warteln! Keine Ahnung. Keinen Bock gehabt. Ich bin gleich Level 16! Level 16, okay. Level 6, hab ich gesagt. Level 16, okay. Level 6, okay. Level 6 gesagt. Okay. Okay. Key war hier. Oh! Hashtag boosted. Mach ich nicht den Schauweiß, Schau. Schauweiß, Schau. Und wer hat dann in der LCS? Oder was? Hat der nicht für LMQ gespielt? Marcel für den LCS, der faggt. Der wird noch ein bisschen Target-Klacken, ne, Jungs. Ich weiß nicht, ob das der gerade hier war. Komm mal, die Karte. Lux ist übrigens auch weg. Wo ist denn die LCS, denn? Warum that it? Wow! Oh, mein Dirk! Warte. Ja, ich werde ihn noch nicht so hart rannehmen. Ansonsten. Verkauf ist sowieso gerade ziemlich schlecht. Mach der Schakko da? Ich lebe! Mach der da! Keine Ahnung, äh. Rumlaufen. Hä? Mann. Ich bin Level 6. Dann roame ich in dem Middle. Okay. Mach der Leck. Okay, schon. Ecke noch. Los, die Middle. Ich war noch nicht einmal back. Oder ne, ich nervte ihn im Jungle. Das ist für die Fehler. Oh, nope. Lass das. Mit! Ich hab den hier immer noch nicht einwerfen müssen. Was der? Ich komme! Was der? Ich komme! Was ist das? Ich komme! Hallo, Pudding! Ich bin hier in der Wall. Nein. Nein. Ich bin hier in der Wall. Ich bin hier in der Wall. Ach so, lol. Okay. Ah, Kladiswad, ja. Ich hab gar nicht auf den Schritt gelaufen. Kladiswad. Was? Simon geht auf einen BF. Damit habe ich nicht gerechnet. Das ist halt wirklich nicht wahr? Oh! Die Kladen sind zahrend für einen langen Monde. Geht noch. Hallo? Meint das ernst! Elohel, Dude. Elohel. Ich weiß, was du ernst gemeint hast. So, die machen... Was machen die? Die machen irgendwas. Luxus ist weggegangen. Der glaubt mir, meine Frau. Jetzt verblendet. Spaß. Ich hab'n Sion gefunden. Echt? Hast du das Team Fort? Ja, der ist bei mir. Kommt das Club zu mir? Keine Ahnung. Ja. Aber ich hab' auch gleichzeitig noch den verschissenen Lee hier. Da ist echt ein langen Leben. Na? Da ist ein Team Fort drin. Na aber. So. Du bist ja grad eben reingelaufen, hast'n Outtack auf das Ding noch und bist dir rausgelaufen. Ich weiß nicht, ob ich den Outtack doch so abgekänzt wurde. Ich wüsste dir jetzt, der trifft mich nicht mehr. So. Warte mal, wie viel lange noch? Na, ich bleib noch ein bisschen auf der Lane. Du hast einmal getauscht. Ich bekomm' die Locks und du bekommst den Sion. Geht ja noch. Oh ja. Ich will den nicht, ja. Ist eigentlich egal, Tom. Oh gut. Ich muss ihn lassen. Oh mein Gott. Jetzt haben wir keinen Smite mehr, doll. Ich kann das Ding übrigens nicht tanken. Ich glaube, er wollte Flav, das habe ich nicht gemacht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hohoho. Mein Gott. Mein Gott. Mein Gott. Mein Gott. Mein Gott. Wie ist es? Warte, wo ist es? Ich hab doch nur ein Slash gepickt. So, ich zeig jetzt nicht meinen tollen Wetttrick. Slash. Ich geh doch weg, ich will doch nur die Kessel durch die Leute, die ganz abrichten und weg müssen. Du hast ne Freetop da oben, ne? Das ist nett. Nee, da ist Mitteln deswegen. Nee, nee, ich hab das getötet. So, guck mal auf mich. Das ist jetzt halt richtig unlustig, jetzt hab ich mein Szelec fertig. Guck mal. Hab's gesehen? Ja. Der Zerd, Zerd. Zerd, so inaktiv. Zerd, wie geht's? Mach's mal. Leute boosten gehört natürlich zu meinen Standardaufgaben. Kaparino. Genau. Shiro weiß es. Kalista mehr und so. Gott, okay. Noch 400 Gold, dann geh ich einmal weg und hoffen wir erstmal beim ersten weggehen. Gunblade. Was macht der je überhaupt, Altner? Ich geh jetzt nicht auf irgendein Land kommt, oder? Schau mal kurz nach. Kannst du das mal weg? Na mach. Nur hier nur nicht. Nur hier nur noch. Bist Du einig. Da.. Es ist ein Strasst사ien da oben. Nop. Es ist ein Strasst da oben. Na gut. Lopig. Danke, die.. Hu, 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 hu! Schau dich! Hau dich! Sorry. Sorry für Partywalking. Geh Seiko, Geh Seiko Der Seine ist weg Ich sehe es Schau, er ist geflasht Mami, ich bin nicht verletzt Ich hab den Sebo getötet, ich bin nicht verletzt Ich geh doch mit Oh, ich hab die Lux wieder Ich schaue es schon ein bisschen, so Ah, da holte ich die über mich Ich bin zu un-save Ich helfe dir bitte Ich bin nur zu böse Brauch keine Hilfe Ich bin jetzt eh einmal weg Woh, ich bin nicht verletzt Als ob du die ganze Zeit noch nicht weg machst Wie viel Gold hast du? 3435 Ich musste nicht einmal weggehen 1 1 2 2 2 3 1 2 2 3 4 Hallo Fynn, tut mir ganz Komplett vergessen, sorry Ah, das ist nicht wirklich aufregend Oh nein, hoch 10 Aber hier fehlt ja gerade den guten Ich kann nur Yasu spielen Hey, das war meiner Ups Mach dir mal platt Ich bin mal weg Loks will mich Komm mir entgegen Oh Okay, ich hätte nicht mal Flash müssen Ich sehe Einfach nur, damit sie nicht hingehen Shaco ist ein bisschen einsamler Darf ich gleich mitspielen? Der kann's gerne machen Guck mal Muss nicht schon mal wieder, kann ich das spielen gehen Immer, ab sofort Da ist so Wissen 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 Danke, nehm ich eh schon Hau, nehm ich so auch mit. Ich soll geste ich botte mir jetzt zum Simon. Weil er mich fertig macht. Ehrlich? Guck mal! Oh, er kommt zu mir! Guck mal auf mein Schatten. LOL! Seit wann geht das denn? Irgendein Bug oder so. Aber ich glaube es gibt schon länger. Ist aber besser, glaube ich sogar. Als ich Runden vorher gesehen habe. Ja, Red Mercy hat als den anziehen Shadow Schürgen gemacht. Man kann auch so ne... Sieht dann so aus, als wäre das ne ganz lange Q. Gibt's auch. Dann macht man einfach Q nach vorn und dann Schatten nach vorn. Und dann... Und wenn du mehr als 30% Gründer duckst, dann kannst du 4 machen, glaube ich. 4 Schürgen. Willkommen bei Infizzle. Ich sag... Ich sag doch tauernd was zu dir. Ich mach erstmal keine Ahnung. Ich mach erstmal keine Ahnung. Noch weiter, noch weiter, noch weiter! Ich mach noch etwas besser. Ich mach das. Oh lol! Jungs! Oh, da war nicht so. Lauf, Demon ist da Das war auch nicht schlecht Schade Ich geh da mal nicht mehr weiter ausfuschen Okay, seid ihr bereit für die One-Shot? Mach das Ich warte, bis hier jemand reingeht und mach dann meine Kuh auf den Red-Buff und schüttern Ihr wollt mich töten? Oh, fuck! Oh, ich kann mal auch noch hoch Können wir mal jemanden zum Red-Buff raten? Typ kann Können wir mal jemanden zum Red-Buff batten? Ach komm Ich bin daheim Komm schon! Quatsch, bestimmte Red-Buff Hasch kein Kuh Wie kommt Simon Ich glaub Simon ist ab, okay Der ist wieder duschen Was? Wie viel? 7.350 Der hat so viel Schaden Wie warst du in den Speer rein? Er hat 100 Speer rein gesetzt Wie töten? Er hat immer wieder ihn besetten lassen Den Wettbau Er hat immer wieder Den Wettbau Wtf Über 100 Stacks Heftig Du kannst jemanden one-shotten Lockerleicht Ja, wenn ich da mal eine Kuh auf dem Wegbach und mit dem Wegfett und auf dem Gegner Dann... Ich geh einfach wieder ... 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